Vor allem hier, was soll ich denn machen? Ich kann mich ja hier auf dem Ding nicht groß bewegen. Nur vor und zurück, aber so kann ich vielleicht schon ausweichen. Aua! Geil, ich stelle mich direkt der Polizei. Ich gehe direkt zum Auto. Ja, ja! Geh von hinten auf mich los, du feige Sau! Was bist du denn für ein Schwein? Und schläg keine Frauen, du Hurensohn! Aua! Aua! Super geheime Ausweich-Move! Okay, vermeiden wir den Kampf. Okay, jetzt, ich klopfe dich so weich! Ey, das ist doch nicht mehr witzig! Ich gehe woanders hin, ey, fickt euch! Offenbar kann ich mich nicht mit denen messen, okay! Ich habe es begriffen! Ich habe es begriffen! Ich habe keine Chance gegen die, ich bin eine Lusche! Ja! Ey, hallo, ist das nicht mehr witzig! Was soll ich denn bitte machen? Da willst du hin, zu diesem Lager! Ah, super! Ey! Ne! Geh doch da! Irgendwo! So, so, da willst du rüber! Oh, super! Super! Ja, er schießt mich! Er schießt mich! Er schießt mich! Ey, es ist echt nicht mehr lustig! Ich hänge gerade über 40 Minuten an diesem einen dummen Kapitel. Weil ich zu dumm bin, hier irgendwas geschissen zu bekommen! Ey, häng doch nicht fest! So, ich will jetzt erstmal wissen, wo soll... Wo willst du genau hin? Bewegung, Bewegung! Ach, halt's Maul! Und jetzt! Gib mir das! Nein! Nimm doch die Knarre, bitte! Dankeschön! So, jetzt ist... Ey! Okay! Fegt euch! Was ist das für eine Waffe? Macht mir... Tötet mich instant, aber ihr... Ihr seid ja mal Wichser! Wenn ich die Wesens sofort entwaffnen könnte! Aber ich krieg das nicht gebacken! Los, 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 los! Los, los, los! Supermove! Super! Slow-Mo Punch! Was zur Hölle! Die brauchen einen Schuss! Von der Piss-Schrotflinte! Wieso haben die überhaupt sowas? Das waren ja Polizisten-Schrotflinten! Alter, was ist das für ein Land? Das ist super, ihr bist schon wieder tot! Dann sag ich jetzt ganz offiziell, fickt euch! Das ist... Witzig, wie soll ich denn da rüber? Ja, komm, dann töte mich doch jetzt! Dann töte mich doch jetzt! Gehst du da bitte? Nein, gehst du nicht! Ich hab ja nicht mal Zeit! Ich kann doch nicht mal gucken, wo ich hin soll! Die will, dass ich irgendwo hingehe! Irgendwo da hinten! Aber ich hab ja nicht mal Zeit, mich umzugucken! Ich darf ja nicht mal gucken, wo ich genau hin soll! Oder wie ich da hin soll! Ist ja alles mit einem Maschendraht-Zahn! Ach, ja! Ach, da durch die... Ja, aus der Entfernung mit einer Schrotflinte! Fickt euch! Und schon wisst ihr wieder, wo ich bin! Mhm! Super, super Slide-Move! Und kicken und schlagen und in die Fresse! Jetzt gib mir das! Ey! Hallo? Willst du mich verarschen? Ich stehe hinterm Container, du Hurensohn! Ich soll da irgendwie rein! Was geil ist, ich komm ja nicht vorbei! Ich muss die irgendwie da weglotsen! Als heißt, ich weiß nicht schon mal, wo ich hin muss! Da ist eine Tür! Eine Ver... Ja, ist richtig! Schieß mich jetzt schon an und halt dich nicht mehr fest! Mädchen, ganz ehrlich! Du hast echt krasse Prioritäten gerade! Das Krasse ist, es macht mir immer noch Spaß! Ich mach das jetzt hier schon zum zehntausendsten Mal und die meisten Leute denken sich jetzt Bist du schlecht! Nee! Ich hab das in zwei Minuten getaft! Nee! Up my ass! So! Die bleiben da ja auch! Ich schlag dich kaputt! Und jetzt nochmal! Bam! Da! Wie die mich schon... Wie die... Ey! Fick dich! Komm, ja! Ich hab mir gedacht, ich kann ja auch durch Container schießen! Fick dich, Mann! Ganz ehrlich! Fick dich! Scheiße! Ja, super! Okay, aber es sind nur noch zwei! An denen kann ich auch locker vorbeigehen! Ja! Ich geh jetzt einfach locker flockig an euch Spasten vorbei! Wenn ich wüsste, wie ich da reinkomme! Wenn ich... Ja! Bewegung, Bewegung! Du Arschkrampe! Ja, komm! Geh doch rüber! Was ist denn hier los? Komm schon! Ich muss die echt irgendwie alle erst eliminieren, die vier! Ich komm da sonst nicht hin! Ich muss ja irgendwie mal in Ruhe gucken können, wie ich da hin soll! Aber das kann ich nicht! Weil die ja anscheinend auch unendlich Ammo haben! Da ist einer! Komm her! Komm her, du Wichser! Ja, super! Jetzt bin ich sowieso schon gefickt, weil da gleich alle auf einmal kommen! Komm her! Komm her, du Wichser! Ey, der hat dich mit einer Schrotflinte geknufft! Mädchen! Ganz ehrlich, was... Was ist denn jetzt gerade dein Problem? Ich krieg hier gerade gar nichts geschissen! Ach, ja! Ist das vielleicht ein Fehler? Wie hoch geht denn das Scheißding noch? Aber... Selbst wenn, es bringt mir ja nichts! Moment mal, ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee! Ne Dumme, aber ich hab ne Idee! Ich lauf jetzt einfach mal so schnell ich kann! Dann versuch ich da gleich mal was! Was mir nichts bringt, weil da schon wieder die zwei Bobs warten! Was ist denn da los? Der knufft dich! Oh ja! Pfff! Richtig, setz nochmal nach! Alter! Dreh nicht durch! Ich bleib jetzt hier mal ein bisschen länger drauf! So! Könnt ihr mich mal kreuzweise... Ich kann hier ziemlich lange drauf bleiben! Ob ihr mich jetzt nur da abknallt oder hier oben! Das ist mir scheißegal! Okay, das geht eh nicht weiter! Oh, super! Arschvoll hell verschwendet! Wie soll ich da hin? Alles... ...covert mit Maschenbrahtzern! Oh, hallo ihr Wichser! Gleich zu viert heute? Fühlt ihr euch heute mutig genug? Na komm! Na dann... ...hau ihn wenigstens kaputt! Nimm das Ding doch! Nick ist doch nicht weg! Mädchen! Oh, komm schon! Ey, das ist doch unfair! Zu viert gegen einen! Und gegen eine Frau! Ihr seid ja mal luschen! Ganz ohne Scheiß! Ihr seid ja mal echt feige! Ey, was... Ich raffe da auch nicht! Oh ja! Ich verstehe, dass eine Schrotflinte Streuwirkung hat, aber hallo! Alles... Ich komm hier nicht raus! Es ist also... Nimm ihm jetzt die Waffe ab! Och, okay! Hallo? Ich hab hier nen dummen Headshot verpasst! Achso, ich kenn damit gar nichts! Okay, toll! Wo bist du, du Wichser? Ey, hallo? Stirb aus! Och, geil! Keine Amo mehr! Okay! Der knallt mich doch jetzt ab! Oder auch nicht! Ey! Okay! Nein! Nein! Fick dich, Mann! Hab ich jetzt meine Ruhe! Dankeschön! So! Ich hab meine Ruhe! Oh! Schwere Geburt! Einmal ein paar Leute abzuknallen! Ja, super! Ey, sorry, Leute, aber dass ich jetzt endlich das mal geschafft hab, die paar Leute da abzuknallen! Dass das so lange gedauert hat, das tut mir leid! Halt die Fresse, Mann! Ganz ohne Scheiß! Du gehst mir jetzt grad saumäßig auf den Sack! Ich will wissen, wie ich da hochkomme! Wie soll ich da rüberkommen? Ich hab hier nirgendwo was, wo ich langen könnte! Vom Container aus? Nee, das schafft sie nicht! Fahren wir es hier? Nee, kannst du auch nicht! Ich bin aber auch echt gerade dumm, also ich sag's! Ja! Ah, geschafft! Ich hab's geschafft! Hint!